Krippels sind so nice Haha nice Digga Nein Jomo Ich hab Ulti in 3 Digga Jetzt gehen wir mit Pick Ich hab mir ja um ja um ja um ja Hm sehr schön Humbert Solo, du wirst diesen Yom und Gander so nerven, glaub mir. Ich glaub nur der Anfang wird kurz schwer, bis ich boot hab dann. Ja, bis zu Level 3 bist dann nicht vorbei, dann kann er nichts mehr machen. Du kannst die ganze Zeit über seine, was, die 2 von Yom und diese Schaden, ja, kannst die ganze Zeit drüber springen und ihn slowen. Yo, Zerbeck, alles klar, du nimmst den Purple, natürlich, mein Fehler, sorry. Fuckin' Weetard! Achso, ich hab gar kein Jungle, stimmt. Oh, Bruder, willst du echt mal rettenwaden, willst du das wirklich tun? Oh, Bruder, willst du echt mal rettenwaden, willst du das wirklich tun? Ach, schade. Ja, was, Z kommt nach rechts wahrscheinlich. Ach, schade. Ach, schade. Oh, jetzt hab ich meinen Jump nicht geskillt gegangen. Oh, jetzt hab ich meinen Jump nicht geskillt gegangen. Oh, mein Gott. Hat er echt blink geholt, der Pepper. Da hat er echt blink geholt, der Capracken leider. Okay. Nein! Nein! Das ist traurig. Was ist das für den Minion Wave hier, Alter? Ah, links fällt komplett. Ah ja, rechts. Die drei stoppt, wenn sie einen Gott trifft, gell? Bei Humbats. Ne, die springt schon weiter. Du musst halt dann zum richtigen Zeitpunkt nochmal die drei drücken. Okay. Nein! Ich bin jetzt mal. Scheiße. Ich bin jetzt nicht so alt. Digger ich bin doch gejunked, Digger. Was? Gangteam ist auch noch so ehrenlos. Na wartet, na wartet's ab. Attack ihn doch so, Beck, Alter. So ein Spast, Alter. Nein, er hat mich noch getroffen, Alter. Warum camp die Bastardt mich, Digger? Ich hab keinen Jungler, die auf die Dueland. Reportet diesen U-Rei-Zon! Ganz ehrlich, ich denke, wir können das sogar noch gewinnen. Ja, ja. Sehr gut sind die nicht. Ich bin zwar 3 gegen 5, aber es geht schon. Rechtsfeld. Ich bin selber... Ich bin selber... Ah, ich kippe meinen Bluen nicht. Ein hoher Feld. Ah, ich kippe meinen Bluen nicht. So, ich kippe meinen Bluen nicht. So, ich kippe meinen Bluen nicht. So, jetzt geht's ab. Na ja, die geht jetzt. Easy win. Komm, dich mal ganken die, ne? Aha, Digga. Ja, die läuft da links hoch. Ist hier. Der läuft genau hier von mir. Nice. Ah, rechts pusht er weiter. Hm. Ich glaube, Reckon kommt zu dir, Lili. Was ist das auch? Oh, scheiße. Hier ist die Hölle los. Ich hab meine 3 nicht aktiviert bekommen. Ey. Pisst euch schon mal, ja. Hässlich. Oh Gott. Alter. Wo kommt er denn, ihr Aspro? Ja Mo kommt auch. Na ja, er macht halt fett Damage. Ach, der hat direkt Rents gerusht da halt. Warum ist der Level 10, Alter, what the fuck, was ist mit dem, wer, der hat 8 Kills, der Anruhe, what, wen hat denn der 8 mal gekillt, ja, hab ich auch keiner wissen, hier gehen ja da viele Tat ein, aber was solltet der Talantos, hab keine Ahnung, doch, da, schönes Wetter. Stabile Ulti, Bro, Jomon war sogar ein Execute, der Spacken. Weißt du, was er macht? Speedwaffe, okay. Er handelt, ne, er hat die gehandelt und hat sie nicht getroffen, hat alles geoffert. Der Dino beim Jungle zugesehen hat, der Speedwaffe ist wichtiger. Zu ein Spaß und er verliert's noch zu ein Spaß, die. Komplett der Retardate. Die war gefühlt 1 HP. Oh, jetzt habe ich recht, wie viele. Ups. Da war's. Oh, die haben hier gerades. Da ist mal wieder der Bastet. Was? Ja, wird auch mal Zeit, dass sie dich gankt, statt mich. Die gankt mich schon die ganze Zeit, was lautet? Was lautet? Was lautet? Die Katja hat sich an mich hochgefahren, da war's. Was sind die noch in der Mitte, Schimmi? Mhm. Die Nu war's noch da, der Anruhe ist noch da. Ja, da ist er mit 12. Ich muss halt eigentlich erst mal fahren, bevor ich bin. Ja, ja, oft zu rotieren so viel. Uah. Der Left kommt zum Totem. Jo. Was zum Toten? Zum Totem, Alter. Du verstehst auch nur das, was du verstehen willst. Ich bin kein Rassist. Ich bin kein Rassist. Das kam richtig von rechts. Warte, 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 warte. Nein, ich krieg sie nicht. Ich glaube nicht. Ich meine, das sind doch griechische Götter. Ja, ja, Mann, Alter. Du Hund. Ja, Mann, du bist da. Nein. Geh so weg. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig, B***h. Madaf***er. Madaf***er. Wo Super durch wir... Back in dem Schopf. 0 0 mono. Okay, Bruder. 200 hast. Legt gut los. Der hat erst gerade angefangen. Ich merke das schon. Der Rest ist immer noch komplett. Die ist ja Ulti, Alter. Ich glaube, da kommen welche zu dir, Susan. Oh ja, safe. Drei Beine, du warst gebacked. Oh Gott. Ich bin auf dem Weg, Shermie. Wenn du ihn baiten kannst. Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. 1.5 steht der Bruder. Ja Mann. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Das heißt nur, dass er schneller stirbt. Ich bin auf dem Weg. Missing Kleine Pistole Lass mal Gold machen, Jimmy Jetzt will man da bouncen Ja, nur was verschlagen wir, was ist das? Der wird sterben Oh, ich hab seinen Jump nicht unterbrechen können Nice Lass den großen machen Ich hab noch Oh Oh Scheiße Der hat richtig abgebildet Alter, der Sobek baut auch gerade Wallaxe Die bauen alle irgendwie komisches Zeug schon wieder Es ist ein Karp-Karp So Nice Good wrecked Guck Yeah Wo? Ja? Und jetzt? Wo? Ja? Oh, ich kann meine Wälder. Wo? 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 So, ich schnapp mir Puppe. Mhm. Ich hab schon einen. Achso, was? Hm. Cripples sind so nice. Nice, Digga. Nein. Ja, Mann. Ich hab Ulti in 3, Digga. Überlebt. Ja, überlebt, überlebt. Andere Ulti. Nice. Die würden surrender, nicht wir. Ist so. Gefickt, Bitch. Easy. Endlich machte ich das tagelange zocken. Merkmal. No. F***ing Toli, Alter. Tana Ulti, Digga. Jetzt kommt was. Heftiger Dude. Ich glaub ich mach mal schnell. Paha, Hiro. Oder auch nicht. Mach heute. Angst, Alter. Jetzt ist es zu spät. Ich hätt's nicht geschafft, definitiv. Hallo. Ja, Beat. Ja, Beat. Alter, ich bin auf F***er drückt. Komm mal, auf F, wie geht das denn, Alter? Ich hätt's nicht geschafft. Ich hab halt auch nix mehr zum Heilen. Komisch. Level 18 zu holen mit Bancraft sollte ich das eigentlich schaffen, Alter. Mhm. Der hat mir beim ersten Hit schon 150 abgezogen. Ja, okay. Du hast doch keinen Mana für Abilities, ne? Mhm. Ich bin auf dem Weg, Bruder, doch zu mir. Mhm. Ach so. Die beiden. Nein. Was haben sie denn noch? Nein. Okay. Hear. Du willst du mínimo? Marco! Du bist du résultulver! Arbeit! Betreff. Dar es. Das ist eigentlichelpurte Le allegations. Wenn du -, Okay, ich habe einen Ulti-Stone. Okay, ich habe einen Ulti-Stone. Ja, jetzt könnten wir Fire machen. Eigentlich schon, ja. Hier war eine Wad, die wissen es auf jeden Fall. Ja, egal. Das machen wir, wir können die baiten. Ja, bis die da sind. Außer hier oben ist es rein. Ne, der hat schon geboten. Nein. Oh, was das war bei mir? Wieder reingeblinkt. Hol dir den Quad-Drop-Router. Fetter Typ. Nein. Du bist ja echt ein wahrer Motherfucker. Trotzdem ist es noch eine Top-Damage-Stelle. Gibt es so nicht. Ich bin auch Hund-Batz, Digga. Hund-Batz. Ich bin auch Hund-Batz. Hund-Batz. Den sollte man umbenennen, Digga. Das ist echt so. Ich werde auf jeden Fall mal Hyros eine E-Mail schreiben. Dass das so nicht geht. Ihr habt den falsch geschrieben. Ihr habt da ein D vergessen. Ihr Opfer. Und dann nennst du so die Wikipedia-Seiten von Hund-Batz. Du weißt? Der Spitzname war Hund-Batz. Jahrelang wurde es falsch ausgesprochen. Der größte aller Hunde. Der kommt aus der Höhle. Der Hund der Höhle. Ich habe jetzt 100% Kritschans eigentlich. Eigentlich soll das ein Hund werden. Ich bald kriegt den Hundeskin, Alter. Das wäre krass. Er trägt immer einen Stab bei sich. Kann er die Primal machen? Jaja, ich mach die kurz. Die Gänse. Oh Mann, ey. Zu viel Scheiße. Du kannst einen Red Buffy haben, wer den haben will. So, hier war irgendwann eine Nuva, Alter. Ja, Mann. Die sind in der Mitte Lane. Eine Kuva. Eine Kuva. Eine Kuva. Sollt ihr auch rumrennen. Ja, springt ja. Die Arme. Den Klauto hinterlegt uns. 491. Ulti. Wo will der hin, Alter? Was war seine Option jetzt eigentlich? Was war seine Intention? Ja, Digga. Geh mal aufs Ganze einfach. Du whatever, Digga. Was für'n Schaden macht der. Okay, Dino ist tot. Rückzug. Aber nicht nur der Speedler. Habe ich den nicht getroffen. Habe ich den nicht getroffen. What? Ja komm, scheiß auf Penn, Alter. Braucht niemand. Kann auch den linken Tower nehmen, Caesar? Ja. Ist eigentlich auf jeden Fall eine Stabilität. Stabilität. Ne, jetzt geht mal weg. Für die Heal hier. Nice. Oh. Pfff. Einfach zwei Deppen nacheinander, Alter. Guck mal, ob das Tana und Sobeking kriegen hier. Sind die alle rechts? Ne, nur noch Dings bastelt. Da war Mali immer. Hä, wie hat er dich gekriegt? Die Minions oder euch? Äh, Phoenix hat uns glaube ich noch getankt. Einmal. Bruder, jetzt musst du nur noch... Du hast genug Lifestyle, Digga. Okay. Ja, ist sie. Nein. Aber jetzt bist du am Arsch glaube ich. Hast du Ulti? Nein, schade. Autotext, Autotext, Autotext. Autotext, nicht laufen, laufen. Autotext, Bruder. Hör auf zu werden, hör auf zu werden. Autotext, du Stück Scheiße. Du hast sogar Ulti, du Hund. Du hast Ulti schon 5 Sekunden jetzt. Ich habe genau drauf geachtet. Ich habe genau drauf geachtet. Ich habe nicht so beachtet wie du. Da hast du trotzdem gestorben. Du hast echt echt. Der will keinen Autotext machen. Ich stresse mich immer so. Ich weiß gar nicht warum wir Probleme mit mir haben. Hast ein Problem. Du bist immer so vollkommen aggressiv. Ach, weil es so schön ist. Weil ich eh keine Autotext mache, indem ich einfach drei Angriffstext bedringe. Easy. Erst dann fühle ich mich richtig froh. Baue ich doch noch mehr Attack-Speed. Ich mache eh keinen Autotext. Du hast genug Gleifstil. Du hast genug Gleifstil. Der Bruder ist auch full Damage, Alter. Ja, ja. Ja, ja. Ein richtiger Hund. Der will es auf jeden Fall nicht spielen. Dieser Thanatos, Alter. Dieser Tetanus, Mann. Tetanus. 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 Ja, wir können Fire machen. Ja. Warum sollten wir Fire machen, Digga? Digga, kill Kabraken. Keine Angst vor Kabraken. Du löscht den aus. Stimmt, der hat gar kein Ding zu machen. Welchen Hund sehe ich denn da? Hat der ja auch Multi? Hm, I don't know. Nee. Aber ist ziemlich klar. Jetzt wird es vielleicht wieder. Ja. Fire, Bruder. Fire. Shirmi, Fire. Los. Park schon an. Ich komm. Mach aber Autotext. Du hast ja Leistung. Achso. Nein. Oh, scheiße. Der Shirmi hat keinen Autotext gemacht. Safe. Nee, Mann. Gar keinen Fall. Es geht, Bruder. Oh, da bin ich auf dich allein gestellt. So, Digga, da ich greedy bin. Boah, da rechts sind 3 Millionen Minions, ich schwör's dir. Oh, fuck. Egal, scheiß drauf. Wo ist die Ho? Lass Firejammer. Fuck. Oh, oh mein Gott. Wo ist der? Der war knapp, Digga. Ah, der war richtig knapp. Hm. Tausender Crits. Ja, Mann. Tausender Crits in dein Gesicht. Hahaha. Du bist jetzt schon Goku mit deinem Krulbutt. Mach Fire. Mach fire. Mach fire. Mach fire. Du Bank, durch die Scheiße. Mach fire. Hahaha. Hehehe Go fire bro Ich hab die Tiltner in allem Fight Oh Ticka Oh 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 Danke Danke brud Oh, sie ist ein Shot, Digga. Oh mein Gott, ihr denkt, sie kippt mich, Alter. Nein, sie kippt mich. Fucking Taunts, ey. Da ist ein Anhoher da in der Ecke. Du musst mich kurz heilen. Okay. Okay, ich bin volles Leben. Ich hab keine Ulti. Ich hab keine Ulti. Ich kann noch das Ulti jetzt. Was hier? Nein, dein Erster hat es überlebt. Ich glaub's ja nicht. Digga, mir ist scheißegal, kein Betten wird sterben. Mir ist scheißegal, Digga. Schau mal rein, Diggi. Die Bastion kann gar nicht raus. Der Hirn ist raus, Alter. Nein, nein, zu voll. Mensch, Titan bleibt doch mal stehen hier. Digga, komplette, oh shit, du hast mich eingeholt mit Damage. Das ist schon lange. Das wurde schon lange. Ja, ganz schön. Fickt euch. Fickt euch. Fickt euch von Herzen. Fickt euch. Fickt euch. Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere. Deine. Fickt euch. In boxes 고�ert.